...nicht wieder bestätigen, also wenn ich mal voraussagen darf, wenn Sie hören müssen, zumindest wenn Sie hier zum 6. zuletzt außen rum, da, die Stunde nicht stoppen, vor dem Iran sollte hier vielleicht für mich das zweite Klack sein und auch ein 3, denn ob eh nicht den Andruck, also es wird letztendlich hier ein paar Begeben einlaufen, vielleicht haben Sie ja noch etwas anderem Geschmack, ob den einen oder anderen Kandidaten, ich sage toi toi toi, das ist das Ausdrehen hier aus Gelsenkirchen, machen Sie gut, 19 die Quote für die 1, bis 10 für die 6. Start in 20 Sekunden, Start in 20 Sekunden. ... ... ... ... ... ... Meine Damen und Herren, die 7 Pferde ist hinter den Stadtwagen zum ersten Rennen, die 3 ist nicht statt. Untertitelung des ZDF, 2020 50 Meter bis zum Start, Start vom ersten Rennen, 3 ist vor der Grafenwald, German Uran hat die Führung, außen setzt, Irish ging nach, rückt in die zweite Position mit Zenita an der Innenseite und Genki Men, dann von John Jackson. Am Ende des ZDF geht zur Zeit, dass sie mit den Angriffen sind. Das Feld erreicht den Maritim-Boden und German Uran deutlich jetzt an der Schütze gegenüber Zenita. German Uran, 3,4 Längen vor Zenita, außen John Jackson und in den Genki Men, dahinter Welkemen. Erste Zwischenzeit für German Uran lautet 1,19 Spur. German Uran, also 40 Meter in den Genki Men und John Jackson in der äußeren Spur. Am Ende des Feldes wurde Optimist im Antrieb herausgenommen, rückt in der vierten Spur, kommet auf. Optimist im Antrieb, macht hier weiter Boden, so, John Jackson geht mit. So geht's auf den Hesler-Bogen zu, German Uran an der Innenseite, John Jackson in der zweiten Spur, außen sieht man Optimist im Antrieb. Geht in den Hesler-Bogen hinein, weiter in German Uran vor, John Jackson, Optimist im Antrieb, die zweite Zwischenzeit 1,18,8. John Jackson geht an die Schütze, vorbei an German Uran, eingangs gegenüber. John Jackson, in der gelauften Runde, John Jackson, dann außen Optimist im Antrieb, an der Innenseite geht Zenita, Welkemen, Genki Men und Irish King. Und Jackson jetzt drei, vier Längen gegenüber Optimist im Antrieb, geht auf den Maritim-Fluss-Bogen zu. John Jackson, Optimist im Antrieb, und dahinter zur Zeit Zenita, dritte Zwischenzeit kommt, 1,15,0. John Jackson überlegen, im Maritim-Fluss-Bogen, vor Optimist im Antrieb, und dahinter Zenita, in den Gentleman, Welkemen, Irish King. Jetzt gerade, John Jackson erreicht, weiterhin klar vor Optimist im Antrieb, an der Spitze, dahinter Zenita, außen Irish King, macht Boden gut. John Jackson, Optimist im Antrieb, Zenita und Irish King. John Jackson, Optimist im Antrieb, und John Jackson bleibt weiterhin deutlich vor Optimist im Antrieb, an der Spitze, dahinter Zenita und Irish King, Welkemen, Genki Men. 1,17,6, die letzte Zwischenzeit. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020